Ja hallo liebe Freunde, Christian Schmeier, Patropoks, und wir reacten heute mal auf die wunderbare Yvonne Mulong. Genau, wir sind ja auch ein bisschen connected, unsere Kanäle, und sie hat wirklich ein super beziehes Video gemacht, ist damit auch eine Reaction auf Stranger Sins von RTL Plus, ich werde sowohl Yvonnes Video als auch RTL Plus hier unten runter verlinken, also die Show, und ja, es ist, naja, ihr wollt euch alles erzählen, weil es ist im Grunde genommen schon etwas P-O-R-N-O auf RTL Plus, weil ich denke, Holla, die walt für uns so strange, also da ist eine Sexologin, aber wir schauen mal rein, die diverse Paare berät, und wir gucken uns einfach mal eine Sache an, die ist mir auch aufgefallen, einfach total krass, und genau, wir gehen einfach mal rein ins Video, würde ich sagen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video, ja, tatsächlich, ich glaube es auch noch kaum, ich habe auch heute mit den Jungs darüber gesprochen, sollen wir das Programm mit aufnehmen, ja, nein, aber wir probieren es mal, denn ich finde es eigentlich ganz wichtig und sehr interessant, was hier abgeht, sehr krank, wirklich krank, und wir haben das, ich habe eine Folge mit Pateks Bruder auf dem Weg im Auto hier nach Gerdorf geguckt, wir haben uns, und die Folge gucken wir uns an, und da habe ich mich fremd, wir haben uns beide fremd geschämt, wir haben beide uns danach gefühlt wie, weiß ich nicht, mental durchgenudelt, ja, re-talk, und dann haben wir die Folge 2 auch noch mit Patrick gestern gesehen, Patrick war einfach schockiert des Todes, und wir waren auch nochmal, also Folge 2 hat es nochmal getoppt, aber die Folge 1 ist so wichtig, die müssen wir mit reinnehmen, wenn, weil da ein Pärchen ist, ähm, besonders bei einer Frau war es, ja, nein, ja, wisst ihr, und er tut einem einfach nur richtig leid, und das möchte ich, dass wir uns das zusammen angucken, die ganzen FSK 18 Inhalte zeigen wir natürlich nicht aus monetarisierungstechnischen Gründen, aber wenn ihr einen FSK 18 Film gucken möchtet, dann könnt ihr das wirklich auf RTL Plus anschauen, denn es ist, für mich ist das ein, ein Pärchen, ja, das, das, das ist schon hart, ähm, guckt es euch gerne an, wenn ihr daran interessiert seid, weil wir dürfen ja auch nicht immer das ganze Material verwenden, das wisst ihr ja, wir schauen uns das für uns wichtige Material an, bleibt wirklich dran, es ist sehr interessant, es ist halt Trash-TV mal anders, und ich bin mal gespannt, wie wir das alles so finden, deswegen würde ich sagen, probieren wir es einfach aus, aber ihr braucht Nerven aus Stahl, ja, ihr braucht das, ne, also holt euch was zu snacken, was zu trinken, ich habe ja auch schon meine Cola-Siro wieder, und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein in Stranger Sins, herzlich willkommen. Und zwar befinden wir uns hier schon bei dem ersten Pärchen, die ziehen halt hier immer mit so einem Jeep ein, und zwar ist diese ganze, findet diese ganze komische, dieses Retreat findet mit einer klinischen Sexologin in Mexiko statt, wofür man da extra nach Mexiko, weiß ich jetzt nicht, aber na gut, okay, alles klar, wir, ähm, Achtung. Wie Eindruckend. Mein Name ist Lea Holzfurtner, ich bin klinische Sexologin, und ich habe eine Privatpraxis für psychologische Beratung. Okay, das heißt, ähm, für psychologische Beratung eine Privatpraxis? Ah, 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 ah. Okay, was ich wissen wollte, war jetzt erstmal, klinische Sexologin, was ist das? Muss man dafür studieren? Ja, es gibt tatsächlich einen Studiengang, also ich kenne auch jemanden, ähm, gut, der das abgeschlossen hat, und ja, das ist wirklich interessant, also das ist so ein sehr modernes, äh, Studium, also, ich glaube in der Schweiz oder so, ähm, und schließt man, glaube ich, ab mit dem Bachelor, aber warum nicht, äh, warum nicht, ne? Dir, was ist eine klinische, äh, befähigt zur therapeutischen und beraterischen Arbeit zu sexuellen Fragstellern, wie zum Beispiel sexuelle Funktionsstörungen, Lustlosigkeit, sexuelle Drang und Zwanghaftigkeit, Sexo. Wie werde ich Sexologin? Ausbildung mit sieben Semester langes, nein, es ist ein Masterstudium in Sexologie. Ach, ein Master sogar. Ey, man kann... Ach, ich dachte, das ist doch ein Masterstudium, stimmt. Man kann Sexologie studieren. Sexologe, Master, hört sich auch echt gut an, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, Marc, das ist wirklich, das ist wirklich ein Studium. Oder bin ich jetzt vollkommen dumm? Nee, ist so, ja, das war hundertprozentig, ich weiß das, kenne jemand, der studiert hat. Mit Penis und Plüschvagina, ja, das kommt hier gleich auch noch, das ist ja das Krasse. Alter Junge, what the fuck, okay, jetzt habe ich alles gehört im Leben. Okay, das ist die, aber bei der Therapeutin hier, bei der Psychologin, oder was auch immer die jetzt ist, Sexologin, merkt man halt auch, dass sie so so spricht, wenn es um ihr Beruf ist und wenn sie dann mal nicht daran denkt, so zu reden wie eine Therapeutin, dann redet sie auch ganz normal, ne? Das fällt euch gleich auch ein bisschen auf. Und Sexcoaching in Berlin. Meine Arbeit hier ist, Paare auf ihrem Weg zu begleiten, diese Fantasien, die sie mit sich herumtragen und vielleicht schon über Jahre durchdacht haben, auszuleben. Oft haben die Fantasien erstmal nur so einen Oberbegriff und selbst die Paare haben sich nur mit diesem Oberbegriff Dreier, Vierer, Gruppensext, Tantra, BDSM auseinandergesetzt als Ziel, aber sie haben eigentlich nie genau definiert. Also ich muss ehrlich sagen, es ist alles gut. Mir ist noch immer schleierhaft. Aber ich muss mich hier mal ein bisschen auf die andere Seite schieben, sonst blende ich die Yvonne aus. Das wollen wir natürlich nicht. Also meine persönliche Meinung ist das immer fremd, warum man dann immer noch einen draufpacken muss und BDSM und Tauchanzug an und warum Standardsexualität nicht aufregend genug ist. Aber das ist, wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung. Das kann ich unheimlich schlecht nachvollziehen. Einfach, weil sie die Worte vielleicht nicht haben, weil sie sich nicht getraut haben. Wie soll dieses jeweilige Szenario eigentlich ausschauen? Okay. Ein wesentlicher Teil von Sexpositivität ist eben, dass man Schuld und Scham aus... Also wenn ich Sexpositivität höre, dann kotze ich schon auf dem Bildschirm. Was ist das für ein Begriff? Also da gibt es auch diese Sexpositiv-Party, die eigentlich einfach nur darum geht, möglichst viel Dopamin zu erzeugen. Und wo das hinführt, wissen wir ja. Aber gut, ich meine, jeder wie er will irgendwie. Aber mir ist das Ganze fremd. Sexualität rausnimmt. Jegliche sexuelle Aktivität, wenn sie im Einvernehmen zwischen zwei Erwachsenen stattfindet, ist gut, ist positiv, ist schön. Okay. Ja, da wollte ich gleich mal was zu sagen, weil das ist so ein Satz, also der ist nicht falsch. Also jede Sexualität, die im Einvernehmen stattfindet, ist gut. Gehört dazu dann auch, wenn man sich gegenseitig erwürgt beim Sex und Sauerstoffnot induziert? Oder ist es auch gut dann, habe ich auch schon gehört, dass man den Partner irgendwie im Keller gefangen hält als so ein Spielchen? Ist das dann auch noch okay? Also das ist so ein Satz, vor allen Dingen, wenn man den mal, das hört sich immer so sexpositiv an. Aber dann auf der anderen Seite wird immer wieder gesagt, naja, also wenn jetzt dieser Mann und jene Frau, also meinetwegen super erfolgreicher, reicher Mann und junge Frau, also jetzt natürlich über 20, keine Ahnung, was man da anfangen ist. Das ist dann wieder nicht okay, dann ist wieder Macht, Strukturen, Patriarchat, also ich finde, wenn man so einen Satz sagt, da muss auch immer gelten. Oder, da kommen wir auch zu, oder man strengt ihn halt ein, aber da kommen wir gleich noch zu. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen. Das freut mich, dass ihr hier seid auf dieser wunderschönen Hacienda. Ich bin Lea, ich werde euch durch eure Zeit hier, durch diese aufregenden, spannenden Tage beginnen. Ich frage mich immer, wer sich für sowas anbillt, ganz ehrlich. Also ich stelle mir mal vor, einer von meinen Kids wäre irgendwie, wäre irgendwie in so einer Show, also ich sage es mal anders, ich will jetzt gar nicht, jetzt von meinen Kids würde ich gar nicht reden, aber ich stelle mir irgendwelche Eltern vor, die ihre Kids im TV sehen, die rum irgendwelche sexpositiven Sexspiele machen vor laufender Kamera und mit wildfremden Männern, die noch Frauen, die dazukommen, und ich denke, wer macht das? Aber gut, die Welt ist bunt und, naja. Wenn du Lust hast, aber wollen wir uns gleich mal nach drinnen, wir geben dir mal vor. Seid ihr dann auch gut angekommen hier? Ja, natürlich. Wir sind sehr gut angekommen. Wunderbar. Dann dürft ihr hier Platz nehmen. Vielen Dank. Ich finde es jetzt einfach mal spannend von euch zu hören, was euch hierher geführt hat. Ja, und da wir da jetzt in therapeutischen Gesprächen sind, reden wir jetzt mit diesem Flüstertun. Kennt ihr diese Therapeuten? Ja, ich auch. Wir haben andere Vorstellungen vom guten Sexleben, also unterschiedliche. Unterschiedliche, da bin ich ja ganz spannend. Also nicht komplett unterschiedlich, aber so in manchen Themen. Achtung. Ich will generell halt mehr ausprobieren, mehr machen. So, ne, wie zum Beispiel, ähm, einen Dreier zu haben als Beispiel. Ist ja auch so eine... Ist das der... Jetzt überlegt euch mal gleich, wer von den beiden ist wohl der Pluspol? Boah, schwierige Frage. Ist das eure Fantasie, die ihr hier auch umsatzt? Nicht eure. Ihre, 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 nicht eure. Das ist ihre, 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 ihr Wunsch ist es. Ja. Also, ähm... Und der arme Kerl sitzt nur erstmal so nickend daneben, weil sie... Ja, Achtung, Achtung, kommt gleich noch mehr. Auch wieder da unterschiedlich. Er mit einer anderen Frau, ich mit einem anderen Mann. Okay. Aber er will das eigentlich gar nicht, ne? Also, das ist alles ihr Wunsch, ne? Aber sie sagt, er darf mit einer anderen Frau, aber er will es eigentlich gar nicht. Er will nämlich eine komplett monogame Beziehung führen. Sie ist aber die, die rumschnacksen möchte, ja? Woher kommt der Wunsch? Ja gut, das ist mir, also, ich habe jetzt eher monogame Paare begleitet in meiner Karriere, aber wenn mir das mal untergekommen ist, offene Beziehung, Dreier und so, hatte ich immer den Eindruck, dass eigentlich einer will und der andere zähneknirschend oder co-abhängig oder meint, das müsste aus Liebe tun, das aber eigentlich nicht, nicht will. Also, aber es gibt sicherlich auch Paare, wo wirklich beide das wollen. Aber hier ist leider sowas, was ich häufig gesehen habe, einer will es eigentlich gar nicht und, naja. Also, ich bin im Alltag eine relativ dominante Persönlichkeit. Bin ich auch. Will aber halt abends dann halt auch irgendwo da dann im Bett zumindest das Ganze auch ablegen können. Ja, das ist bei uns so. Und möchte dann natürlich auch jemanden haben, der dann aber wiederum dominant halt zu mir dann ist. Genau. Sie sagt, und sie ist hier die Sexologin und sie sagt aber dazu nichts, ja, was mich total hart getriggert hat, Retalk, sie sagt. Ich wollte erst mal noch auf einen anderen Punkt eingehen und zwar ist irgendwie das hier das typische Problem, wenn der Mann in seiner Polarität ist, ne? Dann drückt halt die Frau, wenn der Mann nicht in der männlichen Polarität ist, drückt halt die Frau noch mehr in die männliche Polarität, da ist die aber eh schon einen Tag drin, da fühlt sie sich unwohl mit. Dann kriegen Frauen, wie soll ich mal sagen, das ist jetzt das richtige Wort, kriegen sie immer mehr Macht in einer Beziehung. Was man hier auch sieht, wird immer dominanter, die Grenzen werden ausgereizt und man sucht den Polaren Mann, denn der er aber nicht ist hier so, ne? Und dann kommen solche Sachen auf. Ich würde mich gerne mal von so einem Polaren Mann richtig durchnehmen lassen und wie machen wir das denn jetzt? Du bist es ja nicht, da brauchen wir jemanden anders, ne? Und das zeigt für mich auch, weil ihr Partner es nicht will, ist es für mich auch, sage ich ganz ehrlich, respektlos, ne? Und das ist aber was passiert, wer wird die Red Pill Community wieder jubeln hier, wenn die, wenn der Mann nicht in seiner Polarität ist, ne? Das ist klar so. Und dass das die Sexologe nicht adressiert, ich meine, das ist sowieso so eine Kunstsituation jetzt hier im Fernsehen, aber, also das heißt Kunst, schon reale Probleme, aber ob das jetzt in ihren eigenen Praxis passiert oder was anderes sagen, ich weiß es nicht. dass sie das nicht adressiert, ähm, ja, finde ich schade, aber sie hat vielleicht auch einfach einen anderen Ansatz, nämlich diesen, alle, wenn zwei, beide sagen, das ist nicht genau das Problem, ihr habt doch beide gesagt, ihr wollt das, weil man sieht, der Mann will es eigentlich gar nicht, aber er sagt natürlich irgendwo ja und dann ist dieses Szenario erfüllt, ja, ihr wollt es beide, ja gut, dann leg mal los, ne? Akt. Als Person, ich möchte wiederum jemanden haben, der abends mir dann das gibt, was ich tagsüber nicht bekomme, weil ich die Dominante tagsüber bin. So, ja, aber diese, diesenjenigen, die nur haben. Das ist sowieso auch gar nichts, also viele Frauen sind tagsüber, äh, in der Dominanz oder wie ich das manchmal sage, in der, in der Young-Polarität, meinetwegen, weil das ihr Job halt erfordert, das, äh, und manche Männer sind in der Young-Polarität, weil das ihr Job erfordert tagsüber und trotzdem, das sag ich ja mal wieder, äh, wird auch in meinem neuen Buch Feuer und Flamme, äh, wenn wir das rauf und runter behandeln, das kommt ja jetzt auch im September schon raus, dauert nicht mehr lange, ähm, geht's ja nur um Polarität, ne? Und, äh, es gibt eben die Dating-Polarität, da möchte, da will diese Frau auch, ähm, in die Zeit, dann passt das halt nicht, ne? ...möchtest, der ist das nicht, den du, und jetzt haltet euch fest, den hat die geheiratet vor einem Jahr und die sind seit, sind seit vier Jahren... ...och... ...und vor einem Jahr haben die geheiratet und die haben auch schon ein Kind, das heißt... So, also wohlwissend, ich meine, das wird ja jetzt nicht vor zwei Tagen aufgekommen, sondern das Thema, wohlwissend, dass sie Dreier will, dass sie andere Leute in Beziehung haben will, äh, dass jemand das eigentlich nicht will, heiraten die ja noch, äh, also, wenn sie das Kind gekriegt haben, wissen wir jetzt nicht, aber, äh, kennen jetzt die Abläufe natürlich nicht, ne? Aber warum, 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 warum sich nicht in die Augen gucken und sagen, komm, ey, hol dir, hol dir einen Bad Guy, lass dich durchnehmen von dem, wie du es willst, alles gut, aber ich, sorry, ich bin einfach nicht der Richtige dafür, oder halt, wenn er sagt, ja, ich möchte auch gern, also dann würde ich mir wünschen, dass er da Unterstützung findet, der Mann, dass er für sich einsteht und das Problem ist ja, das Haupt, das Problem ist ja, indem der Mann nicht Nein dazu sagt, weil ich denke, ich kann mir vorstellen, dass die Frau instinktiv denkt, eigentlich, er will das doch nicht, er muss auch Nein dazu sagen, dass dadurch, dass er das nicht macht, verliert er noch viel mehr Respekt vor ihr, gerät er noch mehr aus der männlichen Polarität raus und da haben wir einen Salat, ne? Sie sagt, ich möchte jemanden haben, der so und so ist. Warum bist du mit ihm zusammen und hast ihn geheiratet, wenn, das sagst du alle, hauptsächlich nicht stimmt? Weil, Achtung! Okay. Und er ist halt so, er ist dann im Alltag eher so der entspanntere, devotere. Ja, ich merke das auch hier, also, dass du ganz oft... Also, wenn ihr Männer, das ist ja völlig in Ordnung, wenn du ein devoter Mann bist, dann sucht ihr eine Frau, die wirklich gerne, gerne in der Dominanz ist und nicht im Bett doch lieber Mann haben möchte, der nicht devot ist, also dann passt das einfach nicht, ne? Also, er darf das alles sein, wie gesagt, mir ist das eh alles wurscht, aber jeder macht, was er will, ist dann mal die Frage, passt das, ne? Oft dann auch die Führungsrolle übernimmst, aber dir das eigentlich wünschen würdest, diese Führungsrolle? Das ist einfach so der Klassiker, ich habe das über ein hunderten Paartherapie so oft gehört, vor allem wenn die Frau alleine da war, eine Einzelsitzung, ja, ich wünsche mir, dass mein Mann mehr Stärke zeigt, was weiß ich, und jetzt haben wir diese Welt, wo gesagt wird, Männer müssen softer werden, Männer müssen weicher werden, Männer müssen ihre Pronomen, nein, ich sagte mal gar nicht zu, also Männer müssen, weiß ich nicht, Frauenkleider anziehen, keine Ahnung, wir müssen alles durchmischen und dann kommt dieser Scheiß dabei raus, das ist doch, das ist das fucking Problem, Leute, und dass das die Gesellschaft nicht sieht, das macht mich wahnsinnig, aber gut, deswegen habe ich das Buch jetzt geschrieben und, ich meine, es wird auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber vielleicht immerhin das, weil ich finde das so schade, ne? Da sieht man doch, dass es diese Rollen gibt, die sind in unserem Sexualverhalten angelegt, ja, das muss nicht zwingen, mit einem biologischen Geschlecht zu beeinstimmen, nein, eine Frau kann Dominanz, denn der Mann kann devot sein, aber die wollen das ja nicht, sie will es ja nicht, ne? Das Öffnen einer Beziehung ist erstmal weder positiv noch negativ, ähm, es geht darum, einfach herauszufinden, was für das Pärchen das Beste ist, bringt natürlich überhaupt gar... Also grundsätzlich hat sie ja vollkommen recht, nur darf man halt nicht denken, dass das, äh, mit drei Menschen einfacher ist als, oder mit vier Menschen einfacher ist als mit zwei Menschen, ne? Das darf man halt nicht denken, es gibt schon einen Grund, warum es hauptsächlich monogame Beziehungen gibt, oder Zweierbeziehungen, äh, nicht weil andere nicht mal so Fantasien haben, sondern weil das dann halt schwierig wird, ne? Zu Eifersüchteleien kommt und, und muss ja trotzdem Regeln aushandeln und, 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 ne? Gar nichts, wenn ein Partner das forciert und, ähm, sozusagen den anderen so ein bisschen in die, in die Rolle drängt, äh, dass da... Ja, aber warum sagt sie das nicht im Gespräch, ne? Eben, meine Liebe, und das macht sie, und das hättest du sehen müssen und hören müssen und dann hättest du sagen müssen, hm, weiß ich jetzt nicht, ob das dann so das Richtige ist. Warum machst du es denn nicht? Weil sie forciert das ganz krass, sie pusht ihn richtig da rein und es kommt... Ja, weil wir so sexpositiv sind, das ist diese... Scheißegal, dass er es eigentlich nicht will und wir sind ja alle so locker und, ja, und dann holen wir eben noch ein paar Leute dazu, machen gehen wir noch eine Sexpositiv-Party, easy... Eigentlich so heftig raus noch. Eine, eine Öffnung der sexuellen Beziehung, ähm, stattfindet. Wie ist es denn bei dir? Was würdest du dir wünschen? Also, ich bin so an sich glücklich, wie es ist, also ich hab jetzt so an sich keinen Sinn dazu, das alles irgendwie zu erzwingen, aber ich bin da voll offen. Sprecht ihr denn schon über dieses Thema? Er ist da voll offen, weil er es ihr Recht machen will, warum das... Also, ich find's ne, unter Umständen, ich weiß es nicht, äh, wirkt nach außen sehr co-abhängig, ne, und ich weiß nicht, äh, man möchte ihm einfach nur schütteln und sagen, Alter, sag doch nein, sag nein dazu, da hast du wenigstens den Respekt von deiner Frau wieder, ähm, sagst, ey, sag mal, hackt's nur auf, wir machen das nicht, äh, bist du gleichzeitig, musst das nicht machen, wirkst polarer, find die Frau dich vielleicht wieder hot, fünf Fliegen mit deiner Klappe geschlagen, ne? Gehen wir gleich, weil sie ihn so hart kommen, manipuliert und penetriert, im wahrsten Sinne des Wortes, die hat ja keine andere Wahl, aber dazu kommen wir gleich. Dann kann ich mir das bei euch vorstellen. Das Problem ist halt, dass ich dann halt immer öfter, gerade in letzter Zeit, so darüber nachdenke, ja, gut, dann hol ich's mir halt irgendwann woanders, so. Das knall ich ihm dann halt auch an den Kopf, umso mehr hat er dann halt auch Angst und... Ja. Oh, hat er Angst, ist ja ganz komisch, ne? Deswegen setze ich ihn damit unter Druck, das ist natürlich... Ja, also man sieht hier eine Frau, die keinen Respekt mehr vor ihrem Mann hat, ne, und... Ich will dir das gar nicht so vorhalten, aber das passiert in diesen Dynamiken halt, ne? Und das ist, das sollte meiner Ansicht nach adressiert werden, aber ich verstehe das, sie hat hier einen anderen Fokus und wie gesagt, das ist ja auch, naja... Du hättest, liebe Therapeute, du hättest sagen müssen, ist es denn das, was ihr euch gegenseitig wünscht von einer Beziehung? Ist es denn das, was ihr wirklich denkt? Also das ist ja, das ist ja so schlecht gefühlt, das Gespräch. Dafür muss man auch nicht sonderlich Psychologie studiert haben. Und so, ja, worum geht's denn hier eigentlich bei euch beiden? Er sagt, er möchte das eigentlich... Er ist glücklich, so wie er ist. Sexologie, nicht Psychologie, ist was anderes. Er will das nicht erzwingen. Und sie sagt hier ganz klar, ja, ähm, also ich knall das immer so hart, auch vor dem Latz, dass, ähm, ja, sorry, Schatz, wenn du das nicht möchtest, dass ich einen Dreier hier schiebe vor deinen Augen, ja, dann hol ich's mir halt irgendwann woanders. Oder wenn du nicht dominant sein kannst mir gegenüber, ja, dann hol ich's halt fremd. Ey, und die Zeug, was sind das denn jetzt hier? Ich frage mich vor allen Dingen, wie das rüberkommen würde, wenn der Mann sich so verhalten würde, die Frau. Dann wär's wieder Patriarchat und bösen Männer und keine Augenhöhe und wie kann er sich so malträtieren, ist ein Drecksnarzisst und das würde für die alles kommen. Aber so rum, das sehen wir ja gerade überall in der Gesellschaft, ist es auch letzten Endes, vielleicht muss das Panel mal in die andere Richtung schlagen, hab ich ja auch. In meinem letzten Buch alles schon thematisiert, aber, ähm, interessant, ne, dass es so immer so durchgeht als Sexpositiv dann, ne. Heute, ich hab, ich hab, ich hab gedacht im Auto, ich beiß in den, in den Sitz, es wird aber noch schlimmer, Freunde, es wird noch schlimmer. Sie haben da ja so viele wunderbare... Und dann flüstert die hier als Therapeutin dieses Mikro, Alter. ...dass ihr getrennt oder auf eine Party mit ganz vielen wunderbaren Singles. Damit wollte ich natürlich jetzt nicht sagen, dass sie, also ich hab das Wort jetzt nur als Schimpfwort benutzt, nicht, dass sie irgendwie in die Richtung geht, wollte ich überhaupt nicht sagen, äh, sondern sie, also das ist eine Paardynamik, wo jeder seine Rollen spielt, die aber sehr unglücklich sind, finde ich. Geht? Ja, die auf, die auf Abruf bereitstehen, für was? ...einander euch angucken könntet, welcher Single denn wirklich gut passen könnte. So, jetzt haben die bei RTL Single angekackt, die dafür bereitstehen und diesem Paar ins Bett zu gehen ist. Verlauf der Kamera. Gehört, ey, die Welt hat sich so verändert. Die Welt hat sich so verändert. Es ist einfach unfassbar. Stell dir das mal vor, vor 30 Jahren oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das noch toppen soll, was, was wir meinem Fernseher denn noch zeigen, ey, also. Du dürft beide jeweils einen potenziellen Partner aussuchen. Aber es sind ja alles Sex-Positiv. Den ihr dann zu euch ins Apartment einladen dürft. Der euch dann bepflanzen darf. Ey, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Er hat eben noch gesagt, er weiß, er ist offen, weil er es muss. Weil sie ja eben Druck macht und manipuliert und gaslightet, so nach dem Motto. Und fünf Minuten später soll er auf einer Party sich jetzt eine Olle aussuchen. Sie soll auf einer Party sich einen Typen aussuchen. Und das Grinchige ist, die treffen sich dann irgendwann in der nächsten Folge noch zu viert. Aber darauf kommen wir ja noch. Ey, das ist so scheiße, das ist so schlecht. Ich dachte, mich tritt ein Pferd ehrlich hier. Und ihr könnt dann letztendlich von dort aus weiter in die Entscheidung gehen, wer und wie das Ganze denn dann weitergehen darf. Oh Gott. Aber bisher war immer echt diejenige, die gepirscht hat. Ganz genau. Oh, wie süß. Sie hat schon gepirscht und... Oh, wie ist das so nett, ne? Es kommt alles so harmlos rüber. Aber sie macht es ja offen, das muss ich sagen. Man muss den Mann natürlich auch tatsächlich... Man kann den nicht aus der Verantwortung rausnehmen. Man muss ihm auch sagen, warum, Alter, machst du nicht deinen Mund auf? Also, ich kann jetzt wirklich nichts sagen, dass sie ihn irgendwo anlügt, ne? Ich bin halt der Ruhepol. Der Ruhepol darf jetzt auch mal auf die Pirsch gehen. Der Ruhepol will aber nicht auf die Pirsch gehen. Ich hätte da Lust drauf. Ich weiß schon, was er denkt. Ich kann es nicht. Ich weiß das. Ja, warum änderst du das vielleicht dann? Warum lässt du ihn nicht so sein, wie er ist? Ich bin gespannt, wie es bei euch dann weitergeht. Und dann könnt ihr euch weiter begleiten und uns da weiter unterhalten. Ja, dann werde ich euch weiter begleiten und unter Druck stellen und eigentlich den Partner, der eigentlich das gar nicht will, noch weiter dazu pushen, dass der das dann auch macht. Alter, ich kriege so Hass, Hass kriege ich, Alter, wenn ich das hier höre. Da freue ich mich drauf. Ja, du schon. Du schon. Du bist aber nicht für die Monogamie geschaffen. Ich kann doch nicht mit einem Mann zusammen sein oder mit einem Partner, egal welches Geschlecht, der monogam leben möchte und der andere aber nicht. Die passt nicht. Vorne und hinten ist das zum Scheitern verurteilt. Und ich frage mich, warum er sie geheiratet hat und sie ihn. I don't get it. Das ist doch keine Liebe. Das ist die entscheidende Frage. Wahre Liebe, check doch. Der Mensch ist anders. Absolut. Ich möchte ihn aus Liebe nicht verändern. Junge, Junge, Junge. Und das wird jetzt, Achtung, wird noch schlimmer. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, das kannst du auch so oft genug sagen. Aber das ist keine wahre Liebe, Retalk. Das merkt man ja schon nach 35 Minuten Stranger Sins auf RTL Plus. Also zu sagen, ich hole mir jetzt einen dritten dazu, was du nicht willst und danach zu sagen, ich liebe dich, ist schon echt hart. Aufgetrennte Partys. Ah ja, Hauptsache gegen Menschen aufgetrennte Partys. Dopamin, Dopamin, Dopamin. Und ich kann jetzt schon meine Muschel so weit öffnen, ob es der ganze Horizont reinpasst. Achtung. Was ja nicht schlimm ist. Darum geht es ja nicht. Es geht hier darum, dass ein Mensch den anderen dahin manipuliert, etwas zu tun, was er eigentlich gar nicht will. Jetzt gebt euch. Jetzt kommt das Toxischste ever in dieser ganzen Folge 1. Krass. Gucken, was sich hängt. Ich kenn dich leider. Ich kenn dich leider. Das ist das erste Ding. Ich kenn dich leider. Schlechtes Gewissen einreden. Weil so wie du bist, ja, passt es dann. Ich kenn dich leider. Da hätte ich der schon an seine gelangt. Achtung. Wenn ich hier nachher einen Kerl mit anschlippe und du eine Frau, am Ende wird die Frau bleiben. Ich kenn dich. Cool. Ja. Ja, also, wie auch immer das entstanden ist. Frau hat keinen Respekt. Und meiner Ansicht nach, wer kein Respekt hat, kann noch nicht richtig lieben. Das geht einfach nicht. Und wenn der Respekt verloren ist, gibt es keine Grenzen mehr. Du wirst nicht über deinen Schatten springen können. Du wirst nicht über deinen Schatten springen. Ja, du bist so uncool, dass du nicht willst, dass vor deinen Augen mich ein anderer durchnagelt. Ja, scheiße. Mir kommt die Galle hoch. Weil, stellt euch mal vor, das wäre ein Mann, der das der Frau sagen würde, wie dann alle auf die Barrikaden gehen würden. So true. Da kann ich dir noch so oft sagen, dass das eine Sex ist und das andere lieben. Selbst wenn ich jetzt mit ihm einen random Kerl Sex hätte, ich hätte trotzdem wenig Liebe. Aber das verstehst du nicht. Das geht nicht da oben rein. Du, das ist doch ... Es geht schon so ein bisschen in Richtung Gaslight. Ich sag jetzt nur so als Kommunikationsstrategie. Machen wir alle manchmal. Aber dieses ist doch völlig normal. Das macht doch nichts, ne? Da habe ich eben irgendeinen Typen, der mich durchnimmt. Irgendein Bad Guy. Deswegen lieben wir uns doch trotzdem. Können wir doch unsere Beziehung fortsetzen? Sei doch nicht so. Sei doch nicht so empfindlich. Sei doch mal ein bisschen modern. Das verstehst du nicht. Das geht nicht da oben rein. Bruder, eigentlich müsste er sagen, du verstehst nicht, dass ich keinen Bock habe, dass sich irgendein random Typ durchflankt. Und genauso andersrum, weil ich eine monogame Beziehung führen möchte. Der kriegt aber auch seine Zähne nicht auseinander. Und deswegen hier, ich kriege die Zähne auseinander für ihn. Ich bin hier sein Sprachrohr. Ich weiß, was ich an dir habe. Ja, komm. Das ist verdammt viel. Oh, okay. Wirf ich noch ein Stück Brot hin. Ich weiß auch, was ich an dir habe. Ja. Schatz. Aber du bist niemand, der in den Klub geht und sich da eine klärt. Nee, brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Ich brauche es aber. Ja. Sonst ist das so. Ich liebe dich über alles. Ich liebe dich über alles, ja. Also die einzige korrekte Antwort ist dann, ey, mach's und okay. Ich bin da raus. Und heute brauchen wir natürlich wieder Drehungskompetenz. Und Thema mit dem Kind lassen wir mal außen vorher. Aber ja, dann mach's. Alles klar. Viel Spaß. Tschüss. Hier ist mein Koffer. Ciao. Ja, was anderes kann man noch nicht sagen, ne? Du bist die Liebe meines Lebens. Ja, warum lässt du ihn? Du bist die Liebe meines Lebens. Ach. Na, nicht frei gehen. Warum stellst du ihn dann so unter Druck? Alter, ich... Es wird aber jetzt richtig heftig. Achtung. Aber ich brauche mehr. Du brauchst halt Abwechslung. Ja. Also man hört einfach... Das ist eine Frau, die völlig außerhalb ihrer weiblichen Polarität ist. Wie gesagt, das darf alles sein. Nur es passt einfach an diese Konstellation nicht. Und sie fühlt sich selber daran auch nicht wohl, ne? Und... Also da ist ja auch eine Paardynamik, weil er... Es ist ja auch... Weiß ich nicht. Er liegt ja auch so... Keine Gegenwehr. Und dann das... Nee, das fuckt vorne ab irgendwie, ne? Viele... Also die meisten tun wir das, ne? Das ist das. Richtig. Das ist... Null negativ dir gegenüber gemeint. Null. Ich weiß ja nur, wie ich bin. Du, das ist... Was? Wenn ich hier so einen kleinen Gangbang mache, dann sagst du... Aber ganz... Nicht gegen dich? Ne? Ich meine, klar, er darf es auch, aber er will es ja gar nicht, ne? Und... Und ich weiß, dass es irgendwann ein Tag kommen wird, an der mich dir fremd kennen würde. Die hat gerade wortwörtlich ihre Liebe des Lebens gesagt. Ich... Das ist immer das Problem mit dieser Ehrlichkeit. Das sage ich ja oft, ne? Du kannst... Irgendjemand zu irgendjemandem gehen auf der Straße kannst sagen, hey, du bist pottenhässlich und kannst sagen, war doch nur ehrlich. Deswegen gibt es ja dieses schöne Konzept von der selektiven Authentizität, ne? Aus so einem themenzentrierten Interaktion zum Beispiel. Ähm... Das ist so eine Art von Ehrlichkeit, die ich würde ihn nicht wollen. Also... Ich würde echt denken... Also ich meine, ich wäre schon 98% früher ausgestiegen und gesagt, du, alles klar. Ähm... Bist nicht mehr happy. Naja... Viel Spaß, ne? Ich bin hier raus irgendwie. Und hätte sie zumindest nicht den Respekt vor ihm verloren, ne? Ich weiß halt, dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem ich dir fremdgehe. Das haut die dem so um den Latz. Also ich finde, das ist auch vollkommen richtig, oder? Also ich finde, so sollten wir alle mit unserem Partner umgehen. Das Ding ist, es ist nicht schlimm, wie sie leben möchte und wie sie lebt und wie sie... Gar nicht. Sie ist offen und ehrlich zu sich selber und auch zu ihrem vermeintlichen Partner. Ja, wie gesagt, das ist so eine Art von Ehrlichkeit. Also vermeintlich ehrlich zu ihrem Partner. Aber sie haben sich so kennengelernt. Sie weiß, wie er ist und er weiß, sie ist. Warum heiraten sie, wenn sie wissen, dass sie da komplett unterschiedlich ist? Weil einer wird drunter leiden, weil einer über Dinge gehen muss, die er eigentlich nicht gehen will. Und was ist es dann? Man vergewaltigt sich selbst. Real Talk, das muss man einfach so sagen. Ist es richtig? Ist es gesund? Nein, sagt dir jeder normale, gesunde, vernünftige Psychologe, Psychologin. Diese komische Sexologin hier hätte das auch mal so sagen sollen. Ja, aber nee, es ist ja TV und die müssen ja jetzt hier irgendwas machen, ne? Wow. Und du bist einfach nur so, dass du sagst, ja, okay, dann mach, damit ich glücklich bin. Aber du bist damit nicht glücklich. Ja, ach, siehste? Ich möchte halt nicht dargestellt werden, von wegen, die lässt sich von jedem pimpern. Nein, natürlich nicht. Das mache ich ja auch nicht. Nö. Schatz, ich rede nicht davon, dass ich alle zwei Wochen nur noch ins Bett bin. Okay, aber alle vier. Ich rede von ab und an. Mal. Ich hab die letzten vier Jahre ohne irgendwas durchgehalten. Vier und halb. Siehste? Immer sind Leute so unterwegs sind wie sie. Das Argument ist immer, mir steht es zu. Mir steht es zu. Weil ich... Was? Gott, ich denk manchmal echt was... Menschen sind manchmal echt einfach nur krass, ey. Wirklich, ey. Durchgehalten. Ich bin mit Patrick auch vier Jahre zusammen. Sie hat durchgehalten vier Jahre. Boah! Also jetzt aber. Jetzt bekommt sie aber einen Oscar. Ich... Das kann man wirklich kaum angucken. Überhaupt kein Respekt mehr vor ihm. Und das dürft ihr nicht zulassen. Nein, wirklich. Also Frauen natürlich auch nicht, ne? Wenn da Respekt flirten geht, dann ist das echt... Und die kann ich dir grad nicht prüfen. Wenn du ein Mensch bist, der gerne noch mit einem anderen Typen Sex halten möchte, dann ist das halt so. Ich bin nicht so einer. Ich brauch das nicht. Ja. Fertig. So, da seht ihr. Seht ihr? Du tust mir nicht weh. Ich möchte halt nur nicht, dass es zum Standard wird, dass du, keine Ahnung, gefühlt jedes Wochenende weg bist und Gott in die Welt umbumsen bist. Fertig ist die Sache. So. Gut, okay. Dann glauben wir ihm das jetzt, dass sie einfach mal, sagen wir mal, alle ein, zwei Monate einfach mal jemanden anders abschleppt. Okay, gut. Wenn der damit fein ist, ist das richtig, aber der muss jetzt auch eine andere Olle bumsen. Also die haben eigentlich gerade ausgesprochen das Problem gelöst. Okay, ich möchte, du kannst das machen, du tust mir nicht mehr, wenn es nicht zum Standard wird, dass du jedes Wochenende weg bist. Und wenn das mal passiert, ist das kein Problem. Ich aber brauche es nicht und dann ist doch fertig. Aber ne, die müssen jetzt hier diese Scheiße machen im TV. Es hat ja auch so ein bisschen, wie gesagt, in Paardynamik. Dadurch, dass er keine Grenzen setzt, kommt es immer mehr so eine Art Minus rein. will die Beziehung öffnen und er kommt immer mehr in so einen Plus rein. Also vielleicht hätte er in einer anderen Konstellation könnte sich das vielleicht auch vorstellen. Viele Männer würden das vielleicht lustig finden, mal zweite Frau im Bett zu haben. Aber dadurch, dass er immer mehr ins Plus kommt, wenn man so tief im Plus ist, ja, braucht man das nicht. Kann man sich das gar nicht vorstellen. Also es ist auch ein bisschen, man muss mal wieder sagen, es ist auch ein bisschen eine Paardynamik. Ob die jetzt in einer anderen Paar-Konstellation genauso agieren würden, ist es überhaupt nicht gesagt. Man muss jetzt hier das über sich ergeben lassen und auch eine andere da und dann musst du dir das angucken, wie sie da im Fernsehen jemand anders gebumpst wird. Oder jetzt kannst du dir nicht ausdenken, wie fremd schämt ich das finde und wie schlimm toxisch ich das finde. Sechtig liebe. Vor allem, ich denke mal, es wird das Kind ja auch irgendwann mal, aber gut, das ist halt wahrscheinlich sexpositiv. Wie sie ihn manipuliert mir permanent. Du weißt gar nicht, wie sehr ich dich liebe. Oh, wow. Ja, vielleicht steht es hier auch drauf, dass das eben im Kontext noch mit diesem Mann ist. Das finden ja viele besonders hot, wenn diese ganzen Frib-G-Fantasien und Kack-Holding und dieser ganzen Kram. Ja, und dann gehen die hier auf diese Party getrennt und er sauft erstmal die Hücke voll, weil die ja jetzt nicht irgendeinen aussuchen müssen. So eine Frau und ein Mann sollen dir jeder getrennt dann irgendwie abends mitbringen. Und dann ziehen hier in diese komische Villa, ziehen dann noch zwei Mädels ein, aber... Okay, das sparen wir uns jetzt mal. Wir gehen mal weiter mit dem Paar, so. Mal gucken. Ah, könnt ihr euch angucken? Ja, ja, ja. Und zum anderen brauchen wir sie einfach fürs Leben, weil es einfach geil macht. Okay, gut. So, und jetzt wird's cringe. Jetzt wird's cringe des Todes. Okay. Willst du mitgucken? Willst du dir Eric nochmal geben? Jetzt wird's cringe. Jetzt wird's cringe des Todes. Okay. Willst du mitgucken? Ach, glücklich? Das liegt in diesem Hormonkorb. Ja, 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 ja. Und zum anderen brauchen wir sie einfach fürs Leben, weil es einfach geil macht. Okay, gut. So, und jetzt wird's cringe. Jetzt wird's cringe des Todes. Okay. Willst du mitgucken? Willst du dir Eric nochmal geben? Boah. Nee, ne? Eric oder Eric? Genau. Der heißt einmal jetzt Eric Freunde und Eric. Also sie kann da irgendwie noch keinen Unterschied machen. Okay. Achtung, Freunde. Eric ist ein absoluter Künstler auf dem Bereich des Tantras und hat eine wahnsinnige Gabe. Kiefer und viel genauer in einem Zustand der Ruhe gemeinsam. Was sie so machen sollen. Hallo. Hallo, hallo. 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 If I could have you sit down. Have you sit down? Have you sit down? My name is Tantric Eric and I will be your Tantric Instructor today. Try it. Okay. ... so ab und dann sind sie nackt. Also die beiden machen es. Zurück in die Villa. Ette liegt hier auf dem Bett und wartet auf ihren Typen, dass er von diesem Abend wiederkommt. sich eine Frau ausgesucht zu haben. Wie war's? Sehr schön. Ja. Es war auf jeden Fall eine dabei, die habe ich jetzt eingeladen. Die ist 22. Hm. Die wenigsten sich älter. Die anderen waren älter, aber es hat damit nichts zu tun. Das ist so rein optisch jetzt gewesen. Und so vom Charakter her kam die Victoria, die ich jetzt ausgewählt habe. Die war, finde ich persönlich, am besten. Das freut mich. Uns alle auch, oder? So, und die beiden kommen von ihrer Experience hier zurück und sprechen darüber so ein bisschen und ziehen sich gegenseitig die Schuhe aus und so weiter. Die haben gesagt, ich bin hübsch. Das ist doch schön, aber das ist das, was ich dir auch schon gesagt habe. Achtung! Kann ich mir zwar nicht vorstellen. Warum? Warum hast du so wenig Selbstvertrauen? Weiß ich. Er sagt von sich selber auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hübsch... Ja, das ist halt dieses ganze Thema unter Polarität. Das denke ich. So glaube ich nicht mehr zu sagen. ...späden. Das heißt, er hat überhaupt gar kein Selbstbewusstsein. Und jetzt sagt er noch gleich was über sich. Achtung! Ich kenne mich halt als Lauch. Ich kenne mich halt als Lauch, sagt er noch hier. Und das krasse ist, die sucht sich in der nächsten Folge einfach einen breiten Typen, großen, breiten Typen, der einfach komplett kein Lauch ist. Ja, ich meine, er sucht sich eine Jüngere und sie sucht sich so einen Bad Guy mit V-Form. Ist wieder ein Red Pill-Fest hier, aber naja, es ist halt, wie es ist, ne? Ja, mittlerweile. Aber sucht sich dann einen komplett breiten Typen, ne? Also, was soll ich dazu sagen? Seh ich gut aus? Du siehst gut aus, mein Scheiß. So, ja, schön, du siehst gut aus, mein Schatz. So, los geht's. Wo geht's hin? Achso, sie muss jetzt auf diese Party und sie lernt jetzt verschiedene Männer kennen und soll sich dann für einen entscheiden, der dann eingeladen wird in die Villa. Und sie entscheidet sich für diesen hier. Wenn man sich das mal vorstellen kann, irgendwann schläft's halt ein. So, ich bin noch nie so der monogame Typ gewesen. Habt ihr eine offene Beziehung über Sie? Nein, gar nicht. Darum heiraigt sie dann? Wir haben keine offene Beziehung. Und dann hab ich zu ihnen gesagt, hey, pass auf, lass uns doch einfach mal einen Abenteuer suchen. Lass uns doch irgendwen mal mit da reinnehmen, ne? Irgendwie jemand, ne dritte Person ist mir auch... Nein. Also, sie erzählt das hier komplett anders, als es ja wirklich ist. Weil es ja nicht eingeschlafen ist, wie sie sagen, eigentlich. Sondern es liegt daran, dass sie keine monogame... Also es ist ja wieder... Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei denen ist und ob es bei denen eingeschlafen ist oder nicht. Aber wenn Leute außerhalb der Beziehung Spaß suchen, wird ja immer gesagt, das passiert bei uns gar nichts mehr. Ja, meine Frau oder mein Mann ist krank oder läuft gar nichts mehr. Und eigentlich war schon getrennt oder wir reden nicht mehr miteinander. Und witzigerweise stimmt das ja in aller Regel überhaupt nicht so. Aber man hier weiß ja natürlich, wenn man was läuft, das muss man immer wieder sagen. Aber es wird immer wieder gesagt, ja, das läuft gar nichts mehr. Aber gut, vielleicht läuft bei denen wirklich nichts mehr. Aber das ist wirklich so, was ganz häufig gesagt wird. Die möchte swingen, so, ja? Und jetzt erzählt sie das so, als wenn die Beziehung eingeschlafen wäre. Irgendwie nach drei, vier Jahren Beziehung. Und deswegen geht dann... Also sie erzählt das komplett anders, als es ja wirklich eigentlich ist, ne? Egal, ob Mann oder Frau. Hauptsache irgendjemanden dazuholen mag jetzt ganz wieder aufpeppen. Und er ist irgendwie... Warum sucht sie aber? Sie sucht doch einen Mann. Das war kastisch so Quatsch mit Mann oder Frau. Aus Liebe oder ist er auch so offen dann quasi für? Ich glaube, er macht's aus Liebe. Aus Liebe. Weil er ist eigentlich gar nicht so. Er ist gar nicht so wirklich. Ja, also ich glaube, er macht aus Liebe. Nein, er macht's, wenn, aus Liebe, weil er ist gar nicht so. Ja. Also er sagt, er kommt damit super klar. Er kann die nächsten 70 Jahre lang nur noch mit einer derselben Frau schlafen. Ich kann's halt nicht. Wie gesagt, wenn man so tief im Pluspol ist, denkt man, also wird das auch noch gefördert, sag ich mal. Gut, so Bad Guy-mäßig. Aber er hat halt... Super muskulöser Typ, ne? Super, klar. Aber so sind halt die Strategien, ne? Ey, Respekt, ich könnte das nicht. Boah, ich könnte meine Frau nicht teilen. Kaum jemand. Ich glaube, für ihn war das am Anfang auch schwer, weil er hat mich so kennengelernt. Er ist aber halt auch eher so der rotere Typ. Aber wenn er sie so kennengelernt hat, muss man sich wiederum fragen, warum er sie geheiratet hat, ne? Also irgendwie ist es einfach... passt es einfach nicht, ne? Also finde ich, aber vielleicht bin ich aber nicht sex-positiv. Typ, ich bin im Alltag relativ dominant, möchte abends halt dieses Dominante ablegen können und möchte dann halt auch... Das sagen ganz viele Frauen, ne? Aber... Also ich verstehe auch, dass sie nicht kriegt, was sie möchte, ne? Aber wie gesagt, dann ist das Match vielleicht nicht so ideal. Kann Dominantes haben. Das kann er nicht. Ja. Genau. Und sie spricht dann halt so mit den Einzelnen und sucht sich halt im Endeffekt den hier... Ich erzähle mal mehr von dir. Ihn aus. Und ihn, als mir dann eingefallen, ihn kenne ich tatsächlich von Take Me Out. Er war schon mal bei Take Me Out. Take Me Out ist die Startsendung für alle möglichen Leute, die dann später in Reality-Formaten sind, waren ganz viele bei Take Me Out. Okay, komm, lass uns mal zurückgehen. Ja. Ja, er sucht sie aus. So, und hier der selbsternannte Lauch erwartet auch sie in der Villa. Und dann kommt sie auch zurück und erzählt ihm das. Achtung. Hallo. Alles gut? Ja. Los gemacht? Genau. Also die waren alle super los. Ist richtig angeturnt, ne? Von 25 bis 36. Alles dabei. Ich habe mich tatsächlich für den Ältesten entschieden. Da war ein Alex bei. Aber, weiß ich nicht, irgendwie hat mich der Steven mehr gereizt. Weil der halt, glaube ich, cool ist und ich glaube... Oh Gott, das ist so cringe, ey. Verstehst du dich mit dem? Ja. Ja, schon. Dann wirst du Bescheid verißt. Ja, danke für die Info, ne? Wissen. Man merkt auch, dass sie so emotional viel mehr dabei ist als er so, ne? Dass sie das nicht so anträge hat, dass er da so ruhig dabei war. Ja, jetzt Bescheid. Und in der nächsten Folge geht's halt wirklich dann darum, dass sie diesen Vierer haben werden tatsächlich. Und so weiter und so fort. Also es wird richtig heftig. Wir sind jetzt erstmal mit der Folge 1 durch. Und ich wollte euch fragen, wie ihr das seht, sollen wir, soll ich das weiter kommentieren? Ja, vielen Dank, liebe Wonnen, dass ich das mal nutzen konnte hier. Und genau, an euch die Frage, wollt ihr noch mehr, weiß ich manchmal nicht, noch mehr Reaction-Content sehen? Dann laufen ja auch gerade Bachelorette und was weiß ich. Oder auch irgendwas ganz was anderes. Ich glaube, ein erfolgreichstes Video. Dieses Jahr war so eine Reaktion auf Nachtcafé. Oder fast das erfolgreichste. Also schickt mir gern was. Mach ich gerne. Freunde. Und ansonsten müssen wir es, glaube ich, jetzt alle erstmal verarbeiten hier. In diesem Sinne, macht die Frage in den Kurse. Wir sehen uns bald wieder, Freunde. Vor allen Dingen, wenn euch das Thema interessiert. Ich glaube, 27. September kommt mein neues Buch raus. Jetzt nur um das Thema. Tschau, ihr Lieben.